Kritik am politischen Gegner. Das negative Gesicht, das destruktive Element in dieser Bundesregierung hat einen Namen. Und das heißt Werner Freimann. Für mich, für mich persönlich, ist er als Bundeskanzler bereits jetzt gescheitert. Auch wenn er die Legislaturperiode zu Ende führt, auch wenn er vielleicht wiedergewählt wird. Der Mann kann es einfach nicht. Der Mann will es auch nicht. Der Mann ist ein Kunstprodukt. Er ist geklont von seinen Beratern. Er isst weder Fisch noch Fleisch. Er ist politisch blutleer.